Rau ist im Leben alle Theorie. Aber entscheidend ist auch Platz. Wenn man ein richtiger Fan ist, gibt es nur die Südtribüne. Jetzt über die rechte Seite. Bringt den Ball in die Mitte. Sucht die Chance. Als Dortmund-Fan ohne die Südt ist es schwer Vorstellung. Ist ja wie eine Ehe. Fußball ist das, was mein Vater früher gesagt hat. Ich komme von der Schicht. Bevor es Mittagessen gibt, geht man auf den Fußballplatz mit den Kindern, trinkt sich ein Bierchen und dann geht man wieder zurück. Und das ist für mich Fußball. Die Ungehemmtheit erreicht man nie irgendwo anders als Aufer-Süd. Man könnte jetzt zwar noch in den Wald gehen und da irgendwas rausbrüllen, aber dann macht das auch nicht so viel Spaß. Die Südtribüne ist sehr wichtig für den Verein Borussia Dortmund. Die Spieler brauchen diese 25.000 Leute im Rücken. So viel passen auf die Südtribüne. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist eine Riesenwand. Sie wissen, sie sind nicht immer noch. Die nuovo attivation wird nicht mehrfach. Ich mussSPVV zeggen, insgesamt werden wirftigen. Vielen Dank.